In einer Zeit, die nun vergangen ist, leben wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, kroppel ich aus unserem Bett und rückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er belechte, sprach ich zu ihm, Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. So hielten wir es ein gutes halbes Jahr in dem Bordell, wo unser Haushalt war. In jener Zeit, die nun vergangen ist, war ihr mein Freund und ich ein junges Ding. Und wenn kein Geld da war, hat er mich angehauft. Da hieß es gleich, du versetzt dir deinen Ring. Ein Ring ganz gut, doch ohne geht es auch. Da wurde ich aber türkisch, ja, na weiste. Da fragte ich ihn manchmal direkt, was er sich erdreiste. Da hat er mir aber eins ins Zahnfleisch gelangt. Da bin ich manchmal direkt drauf erkrankt. Das war so schön in diesem halben Jahr In dem Bordell, wo unser Haushalt war. In jener Zeit, die nun vergangen ist, die Aare noch nicht ganz so trüb, wie jetzt war. Wenn man auch nur bei Tag zusammen lag Da sie ja, wie gesagt, knapp zwei... ... ...